Dankeschön. Da war der Sackmann. Ach Oli, ich glaube, ich sehe diese Aussage. Oh, nach einem weiteren Tod bin ich endgültig tot. Als bitte an, dass man... Ah, wir müssen hier hoch. Asche, wir müssen da oben drüber. Ja, hier kommen wir hoch. Hier, die Jungs, hier. Bei mir. Hallo. Also, glaube ich. Ja, tut man. Und da ist ein Boomer. Oh, Medipack. Meins. Ey. Braucht irgendwer? Gerade Dremend hier an Nick braucht. Ach egal, scheiß nicht Nick. Idiot. Au. Warte, ich weiß, ich bin grad irgendwie verwirrt. Ah, hier. Irgendwie. Ich glaube, oder müssen wir hier weiter? Okay. Ich glaube schon, oder? Oli, wieso chillen acht, drei Leute, äh drei Männer und vier Weiber in einem Schlafzimmer? Äh, das erklär ich dir, wenn du groß genug dafür bist. Okay. Oh, Alter, was da alles von runter... ...schleudert von der Decke. Als ob da einer einfach einen Wasserhahn aufgedreht hätte. Hier gibt's Medipacks. Wow, man. Zur Hölle! Soll denn das nicht mehr! Noch ein Medipack, oder? Ja. Warte, ich heile schnell mit. Lade nach! Bin so aufgeräumt. Ähm, müssen wir... Wo müssen wir hin? Hier glaube ich lang, oder? Wow! Probleme? Wo ist das? Dass der auf mich steht. Ich liebe es, von AK zu Messer zu wechseln. Das hört sich so geil an. Ich hab nur noch mein Messer mit. Ich benutze gerade nur noch mein Messer. Bei so wenig Zombies. Erste Machete. Müssen wir hier raus? Müssen wir hier raus? Leute, müssen wir hier raus, oder nicht? Nee, hier kommen wir her. Hier müssen wir. Jump! Jump! Okay. Tank! WTF! Ja sicher! Ja sicher! Ich versuch dich zu kriegen, aber ich glaub das geht nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, warte, warte, Tank ist dauernd. Wir kriegen dich, wir kriegen dich da. Nee, ich krieg ja nicht den Tod. Stirb du scheiß Hunter! Alter! So! Zwei Leben! Zwei Leben! Zwei Leben! Zwei! Jawoll! Warte, komm her, komm zu mir! Oder, ja okay, oder so. Oh, nice! Ein Leben, Mann! Hab ich noch nie! Geil! Geile Sache! Geile Sache! Dann denkst du, ja, Tilligat Charger fötest du mal mit nem Messer so fängt. Mein, isen. Tilligat Charger töstest du mit dem Messer. Ja unbedingt. Standard. Sieht wie ein Schutzraum aus. Lade nach! Sieht wie ein Schutzraum aus. Ja, ist ja auch einer. Hier, los! Verdammt! So, hörde hier! Hähem! Böb! 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 Danke, dass du mich daran erinnerst, dass morgen wieder Schule ist. Find ich nett von dir. Wollt' ich unbedingt wissen. Wollt' ich unbedingt wissen. Schreiben wir irgendwas in der Woche, Ali? Nicht, oder? Äh, nix angesagt ist auf jeden Fall. Okay. Also wahrscheinlich 10 Echsen, dann 5 Unterrichtsbeiträge, von jedem so. Ja, 7 mal ausfragen. Minimum. So, nachdem es jetzt das letzte Level ist, bevor wir anfangen, schonmal hier... Schau nach, ob die Aufnahme läuft. Ja, tut sie. Puh! Ne! Okay, dann los! Und jetzt? Mach's noch nicht. So. Ach, ein zweiter Schutzraum. Cool. Boah! Ja, klar. Warte, ich heil mich so. Ich muss mich heilen! Hier müssen wir überleben, oder? Ja. Ähm, ja. Ich bin Alan. Okay. Er sagt... Doch, das ist ne weiter. Wow. Sie warten auf der anderen Seite. Ja, schön. Ja. Also... Sie können mir helfen. Sie warten, lieber. Wir müssen also einfach... Wir müssen ganz einfach rüber. Gechillt. Rüber. Einfach kein Stress. Sind nur Zombies. Über ne lange Brücke. Und die anderen warten dann schon einfach auf uns. Easy. Ja, ich mein, die wollen uns ja nicht töten. Die wollen nur spielen. Ja. Die wollen nur spielen. Okay. Ich hab mich gerade zweimal von dem Zombies getrunken. Äh, hinter uns ist ein Jockey gleich. Achtung, hier kannst du runterfahren. Ja, und dann... Ja, ich wollte das so hin. Hier, wenn du mit dem Jockey... Das ist... Hier, hier ist der Jockey. Booma! Fuck! Stippen! Bitch! Okay, das sind minimal viele. Touch! Wow, sch*****. Aua! Oli, ich hab... Ich hab mit meinem Körper geblockt, denn sonst ist Oli gefahren. Den mächtigen Männerkörper. Ja, Mann. Vor allem war ich... Mann spiel. Ah ja, stimmt. Du spielst Michelle. Dann weiß ich, dann weiß ich... Welche Dinge an deinem Körper mich geblockt haben. Ja, Mann. Vor allem war ich... Ich glaub ich hab die Kampagne... Oder hab ich die schon mal komplett zu Ende? Ach so, ein Jockey auf mir! Jockey auf mir! Helf mir! Helf mir! Helf mir! Helf mir! Helf mir! Schnell! Boah! Ich geh da hoch, ne? Ja, hatte ich auch vor. Irre, wie lang so ne Brücke ist. Das ist genauso wie die Landebahnen... Erfassen für 6. Hast du auch gesehen den Film? Ja. Da ist... Also, ganz ehrlich... Vor allem Film von... Wie geil er ist. 10 von 10 Punkte. Logik einer von 10. Ach wieso? Die Landebahnen geht auch immer über die halbe... Das haben wir... Als ich das mit meinem Freund angeschaut habe... Das war das auch das erste, was wir gesagt haben. Ja, klar. Landebahn. Und dann kommt er aus dem Feuer hier... Ja. Hier geht bis nach China. Easy. Da gibt's so einen coolen Elo-Held-Post. Äh, Jungs, Nick ist vom Smoker, gell? Ah pff. Scheiß auf Nick. Ich liebe Nick. Ist gut. Thomas, bleib ein bisschen zurück. Da oben ist ein Tank. Komm schnell. Komm schnell her. Da oben ist ein Tank. Der sieht mich nicht. Der ist hinter dir. Oder neben dir, oder? Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Fuck, der sieht's nicht. Nick, Beeilung. Wow. Wow, du hast heute auch in den Schaden gekossen. Aber er hat genau einfach einen 360. Haut das Auto auf mich. Junge, kleine Schlepper. Okay, er ist weg. Okay, er ist weg. Alter, wie lang diese Brücke... Was? Ach, wir müssen da hoch. Wir müssen auf die Autos hoch. Ach ja, der Tank hat es genauso geschmissen als Kleine. Oh, da kommen wieder viele. Ich bleib genug schick. Achtung, Max, wir sind hinter dir. Da war ein kleiner, minimal... Nein, 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 nein! Ich muss das! Nice one, Max, nice one! Echt, echt? Wie viel sah ich eigentlich immer das Pelch? Das sah so wunderschön aus. Ich rede nach von Charter, Max, Max! Weißt du, das ist doch schon die Rettung, oder? Ja. Hilfe ist hier! Wo ist der Hedy? Wo ist der? Der fliegt wahrscheinlich nicht vorbei. Aber es ist gar kein Bock. Nein, der ist da unten. Wir müssen hier weiter. Jockey, Jockey, helf mir! Hilfe! Hier ist der Jockey. Ich mein, Olli ist jetzt schon wieviel Jockeys im Charter begegnet. Wir müssen weitergehen. Ja, lustig, wenn die schon nicht los ist. Oh, da müssen wir weitergehen. Ja, wir müssen weitergehen. Ich mach mal was aufhinter an. Oh ja, warte, ich werfe mal eine Rohrbombe. Nein, wir müssen nicht weiter, oder? Wir müssen hier lang, wir müssen hier lang. Da, wo du den Molli hingeworfen hast. Toll. Kinderzeiten. Irgendwo. Hier. Hier, jetzt komm. Schnell. Ey, was ist denn der? Wir müssen hier rüber. Da unten ist er. Ah. Jetzt einfach nur noch laufen. Kann ich doch sich rüber hinter uns kommen. Ich helfe Molli hinter uns, komm. Da lebe ich noch irgendwie? Oder so? Scheiß auf, Nick. Wir müssen uns beeilen. Munition. Oh mein Gott. Feuer, Mann. Hier bringst Munition dann noch voll. Beeil dich. Komm her. Nein, Mann. Hier ist ein MG. Ist mir scheißegal, ob da ein MG ist oder nicht. Wir müssen hier schnell. Ich helfe jetzt nicht, Mann. Der fuhlt in die ganze Zeit an. Ist mir sowas von egal. Ich bin jetzt beim Heli. Ah, okay. Wenigstens bin ich nicht der Einzelne. Oh fuck. Ein Tank, ein Tank, ein Tank. Das geht nicht. Fuck. Also wenn der Tank jetzt zu mir in den Heli kommt, dann habe ich ein Problem. Nick, jetzt sterb endlich. Dankeschön. Naja. Wir wissen, Oli wird wahrscheinlich der Einzige in der Zombie-Avokalus sein, der überlebt. Ich spiele zu viele Zombiespiele. Ne, ne, ne. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Er lässt so ein Verbündung im Stich. Brückenfeuer. Die habe ich echt noch nie gespielt komplett. Brückenfeuer. Zu gedenken an alle Vollidioten, die gestorben sind. Der einzige Vollidioten, der überlebt hat. Ne. Machen wir noch eins? Von mir aus können wir noch eins machen. Ja, also ich habe noch eine Dreiviertelstunde. Es ist egal. Nun, ich würde gerne noch was anderes machen. Wir können ja mal... Wir müssen ja nicht immer eine Woche warten, bis wir nochmal neu aufnehmen. Wir können ja... Müssen wir auch nicht. Dann nochmal aufnehmen. Dann... Ja. Können wir schon gerne machen. Wir brauchen sowieso... Wir haben ja jetzt nicht lange aufgenommen. Das ist ja... Gehen ja immer sehr schnell weg, diese Aufnahmen. Und Minecraft müssen wir auch aufnehmen, nachdem das ja nicht ging. diesen Freitag leider. Wer hat maximal viel jetzt? Ich habe noch nicht gedrückt. Hat am wenigsten Schaden erledigt. Nein, ich habe nicht gedrückt. Weil wir es doch hier anschauen. Schaut mal, ich habe am wenigsten Schaden erledigt. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Wer hat die meisten Verbündeten getroffen? Okay. Das war schon... 1789 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Verletzt? Ja, verletzt. Verletzt. Mhm. Die wurden einmal angekratzt. Von deinem Minimesser. Minimesser! Gut. Dann war es das für heute. Dann ist die nächste... Äh... Dann fehlt uns nur noch... Oh, wir haben dann schon alle. Dann fehlt uns nur noch Coldstream. Die anderen sind ja die Left 4 Dead 1 Kampagnen. Die machen wir ja nicht nochmal. Haben wir gesagt. Oh, Coldstream. Und das ist geil. Coldstream ist schon ziemlich die herzlichste Kampagne. Ich mag die. Vor allem, weil die Infizierten nicht richtig auf der Powered sind. Nein, mit dem Fluss. Na gut. Fluss. Strike. Freu mich schon auf. Ding. Ich weiß es. Na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis dahin, ne? Tschüss. Tschüssi. Herzlich willkommen zurück zur letzten Runde Left 4 Dead 2. Coldstream. Heute wieder mit Maxl. Wie immer. Johollo. Zu berichtigen muss ich sagen, dass es nicht die letzte Runde Left 4 Dead sein wird. Ja, aber der ganz normalen Kampagne. Ja, okay. Und ja, auch noch eine andere kleine Neuerung. Diesmal leider nicht mehr Uncut. Weil durch ein Update vom Spiel der Uncut Patch nicht mehr funktioniert. Und außerdem scheint es gerade keine Lobby zu finden. Ich lass noch ein bisschen suchen. Äh, wieso... Dingens... Ne, Quatsch. Also, was ist eigentlich in den ganzen... In den ganzen Updates dabei? Also, ich verstehe gar nicht, was da alles passiert. Ich weiß auch nicht, was geupdated wurde. Ich hab auch keine Ahnung. Ich glaube, es gab irgendwie ein... Ähm... Keine Ahnung. Ich glaube, irgendein Linux-Update. Also, dass es auch auf Linux läuft oder so. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher gerade. Eigentlich wünschte ich mir, dass Left 4 Dead 2 irgendwie noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Ich glaub, das wär egal. Oder, generell, Left 4 Dead 3. Aber... Valve und 3 ist jetzt nicht so. Ich mein, Half-Life 2. Portal 2. Left 4 Dead 2. Die Fortress 2. Die Fortress 2, genau. Mit 3ern haben die's nicht so. Hä-hä. 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 Hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä. Meine Fresse. Der war so scheiße. Oh ja. Soll ich n'n pink? Cold Stream. Wunderschön. So. Was gibt's denn hier? Katana. Meins. Shotgun. Meins. Medipack. Meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Wann haben wir, wir haben. Wann haben wir für meins. Und so. Ach, schade, naja. Wir werden mal dritt mitleben müssen, bis der Patch geupdatet wird. Ich hätte schon gedacht, dass die Left 4 Dead 2 Kampagne bald vorbei ist, der schade ist. Also das ist auch schade, ja. Das ist sowieso schade. Aber erst mal der Anker-Ziel, das ist schade. Da müssen wir jetzt halt mitleben, vielleicht im Versus, vielleicht kommt das da wieder. Versus. Oh ja, bevor ich... Moment. Es scheint auf normal zu sein, oder? Ja, es ist auf normal. Yes. Hab schon nachgekommen. Ich bin unser Bug. Juhu. Deswegen habe ich mich natürlich auch absichtlich hittet, statt nachzuschauen. Ja, natürlich. Was auch sonst. Super Blitz. Bis zum nächsten Mal.